Also, viele Leute wissen das gar nicht. Ich habe übrigens auch im Flug Sex. Und während Sie Sex haben, stürzen Sie ab. Das heißt, es ist wichtig, dass Sie aus ausreichender Höhe beginnen. So, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Es ist immer angenehm, wenn man vorgestellt wird. Das heißt, ich brauche das jetzt nicht mehr zu tun. Und wir springen gleich zu einer ersten Frage, die ich an Sie habe. Was sehen Sie da, abgesehen von diesem Menschen im Hintergrund? Also, was würden Sie sagen, ist das? Kuhblumen. Bitte? Kuhblumen. Kuhblumen, okay. Aber einfach weitergefasst. Also ohne eine Artbestimmung oder so. Blumen. Blumen. Wiese. Eine Wiese. Würden Sie sagen, eine normale Wiese, eine typische Wiese? Wow, ich sehe so Nicken, Schulterzucken. Warum frage ich das? Es ist so ein gradueller Wechsel in dem, was wir in der Natur normal finden. Hätten wir unsere Großeltern gefragt, hätten die wahrscheinlich eher gesagt, das ist eine typische Blumenwiese. Es geht einfach an Artenvielfalt sehr viel verloren und wir kennen vieles nicht anders, was für die Generationen vor uns noch komplett normal war, weil das einfach verloren geht. Und ich kann Ihnen sagen, wie es bei mir war. Ich hatte einen Nennonkel, sagt man, der mich immer raus in die Natur mitgenommen hat, mir alles gezeigt hat. Und der hat mir immer erzählt, was er noch alles erlebt und gesehen hat an Tieren, an Pflanzen und was einfach weg ist. Und ich habe mir als Kind immer gedacht, naja, Naturschutz, vielleicht kommt das irgendwie wieder. Stattdessen habe ich schneller, als mir lieb war, und damit möchte ich irgendwie einleiten, das Gegenteil erlebt. Und da möchte ich Ihnen, also ich werde Ihnen heute einiges zumuten. Eine Sache davon ist, dass Sie leider kurz dieses Bild hier an meiner Füße sehen müssen, aber eigentlich geht es mir um diesen kleinen Fisch hier. Das ist eine Elritze. Schon mal gehört? Ja, kennen Sie. Und zwar, bei mir war das so, ich war oft mit Freunden als Kind in der Luntzerseegegend. Kennen Sie, das ist im Ötschergebiet. Total schön. Und wir haben da mit so Gurkengläsern, da haben wir Löcher reingemacht, haben Brot reingegeben und haben da mit Spagatschnüren Elritzen gefangen. Da gab es Millionen. Also die sind in diese Gläser rein, durch den Deckel, bis die Gläser ziemlich voll waren. Und aus irgendeinem Grund haben die Fische nie wieder herausgefunden. Und dann haben wir so künstliche Teiche gebaut und Dammanlagen und was weiß ich nicht. Und dann haben wir sie irgendwann freigelassen. Und dann war ich eigentlich relativ lang nicht in dieser Gegend. Sicher zehn Jahre oder so. Und dann war die Pandemie. Und dann hat es im Fernsehen ein Universum gespielt, wo es unter anderem um die Gegend dort gegangen ist. Also da haben sie auch gezeigt, irgendwie den Laichzug der Elritzen, die irgendwie in die Seezuflüsse aufsteigen, um zu laichen dort. Und irgendwie habe ich mir gedacht, naja, es wäre doch eigentlich wieder schön, da mal hinzufahren. Und ich bin wieder hingefahren. Es war alles genauso schön wie früher. Ich bin ans Ufer gegangen und habe reingeschaut. Und da war nicht eine Elritze. Nicht eine. Stattdessen waren da Fische, die man irgendwie aus ganz anderen Regionen kennt. Also ich habe zum Beispiel Rotaugen gesehen. Das sind Weißfische, die zum Beispiel in der Donau leben. Oder eher so in Tieflandflüssen. Und irgendwie war das Wasser auch anders. Also da hat ein bisschen grüner für mich ausgesehen, als ich das in Erinnerung hatte. Und ich habe dann recherchiert, was da eigentlich passiert ist, weil da gab es wirklich Millionen dieser Fische. Und was passiert war, war, es sind Hecht und Barsch in diesen See gekommen. Man weiß jetzt nicht, ob durch menschlichen Eintrag oder durch Wasservögel. Aber Fakt ist, dass früher, als es noch kühler war, diese Fischarten im Luntzer See gar nicht hätten Fuß fassen können. Und die haben innerhalb von ein paar Jahren sämtliche Elritzen in diesem See aufgefressen. Und nicht nur das, auch die lokale Variante des Seeseiblings, die es in dem See gab. Das war wirklich so ein unmittelbares Erlebnis des Verlusts von einer wertvollen Erinnerung, die man irgendwie hatte. Und einfach, wie schnell es gehen kann, dass man das verliert. Und heute will ich eigentlich gar nicht so sehr auf den Verlust hinweisen, sondern einfach darauf, wie wertvoll das ist, anhand von einigen unterhaltsamen, spannenden Beispielen, damit wir vielleicht gemeinsam einen kleinen Schritt setzen, dass solche Erlebnisse möglichst selten sind. Und damit schauen wir mal weiter. Und kommen vielleicht zu einem ganz konkreten Beispiel. Kennen Sie dieses Bild? Wissen Sie, wo das ist? Genau, am Michaelaplatz. Man sieht da den Herkules. Und der kämpft da gegen ein Viech. Weiß wer, was für ein es ist? Eine, also es hat mehrere Köpfe. Die Hydra, genau. Die Hydra ist dafür bekannt, dass der Herkules zuerst versucht hat, irgendwie ihr die Köpfe abzuschlagen. Das hat aber nicht so gut funktioniert, weil es neue nachgewachsen. Und es gibt ein Tier, ein extrem unscheinbares Tier, das eine ganz ähnliche Fähigkeit besitzt. Und deshalb heißt es auf Latein auch Hydra. Und zwar ist das der Süßwasserpolyp. Der ist winzig klein, sieht im Prinzip aus wie eine Anemone. Also eine Anemone ist ja auch ein Polyp. Und das habe ich tatsächlich auch schon in meinem eigenen Aquarium entdeckt. Und diese Hydra sind deshalb für die Forschung interessant, weil die theoretisch ewig leben. Die zeigen keinerlei Verfall, die altern nicht, die sterben nicht, solange man nicht die Umweltbedingungen so verändert, dass sie irgendwie für die Hydra ungünstig sind oder sie gefressen werden. Die Hydren haben die Fähigkeit, sich immer wieder neu aus Stammzellen zu regenerieren. Wenn man die Hydra, komme ich wieder zum Herkules, in mehrere Teile teilt, wächst aus jedem Teil eine neue Hydra. Ganz, ganz bemerkenswert. Also sie können sogar Nervenzellen komplett regenerieren. Die Frage, wer berechtigt, woher man denn weiß, dass Hydren niemals sterben, weil man kann sie ja nicht unendlich lang beobachten, das stimmt. Man versucht zumindest unter optimalen Bedingungen, das so lange wie möglich zu tun und eben etwas daraus für uns zu lernen. Hydren sind allerdings so weit von uns Menschen weg, dass es da doch, dass die Dinge, die man an Hydren beobachtet, ihre großen Regenerationsfähigkeiten nicht so leicht auf den Menschen zu übertragen sind. Deshalb schauen wir uns vielleicht ein paar Tiere an, die den Menschen ein wenig näher stehen. Und da möchte ich zuerst einmal in die Eiseskälte gehen. In diesen kalten Regionen, dem arktischen oder dem antarktischen Ozean, gibt es Tierarten, die vor allem durch ihre Langlebigkeit bestechen. Auch meines Wissens nach die ältesten Tiere, die wir überhaupt auf diesem Planeten haben. Weiß jemand zufällig, was die ältesten Tiere sind, die wir auf dem Planeten haben? Guter Versuch, zu dem Tier werde ich gleich was sagen. Aber da gibt es dort im antarktischen Ozean gibt es Tiere, die noch viel älter werden als Grönland-Hai. Also leider für uns vielleicht wenig spektakuläres Tier, aber in der Antarktis leben antarktische Tiefseeschwemme. Und da hat man Exemplare entdeckt, wo man vermutet, dass sie, wer mag eine Schätzung abgeben? Zehntausend Jahre. Lieb? Zehntausend Jahre. Besser? Zehntausend. Ja. Zehntausend Jahre. Da konnte man in Europa noch Mammuts begegnen. Aber auch die Schwämme sind natürlich von uns jetzt relativ weit weg. Ich habe den Grönland-Hai gehört. Grönland-Hai ist schon besser, es ist ein Wirbeltier, also das steht uns schon erheblich näher. Und dieses Wirbeltier kann 400 Jahre alt werden, was schon irre alt ist. Den nennt man übrigens auf Latein Somniosus, den Schlaftrunkenen, weil der nur ganz langsam schwimmt. Und wenn der eine Robbe erbeuten will, dann muss sie schon schlafen. Es gibt auch den Grönland-Wal. Das ist schon besonders interessant für uns Menschen, weil das ist ein Säugetier, das steht uns schon bedeutend näher. Und der wird 200 Jahre alt. Man rätselt natürlich, warum es zu so einer Anhäufung an Langlebigkeit in der Kälte kommt. Also was spielt da die Kälte für eine Rolle? Was bedingt die? Und da gibt es ganz interessante Versuche an Fadenwürmern, wo man entdeckt hat, dass quasi Cold Exposure, das wird ja immer auch von so Lifestyle-Coaches zum Abnehmen propagiert und so, dass das tatsächlich positive Wirkungen auf so einfache Organismen hat. Und zwar leben die dann länger. Und oftmals ist es so, dass Lebensdauer und Fruchtbarkeit so ein Trade-off sind. Mehr länger leben für weniger Sex quasi. Also man muss sich entscheiden. Aber dieses Cold Exposure-Experiment bei den Fadenwürmern hat irgendwie gezeigt, dass die sowohl ein bisschen länger leben und trotzdem gesund und vital sind und höhere Vermehrungsraten zeigen. Also hier in der Kälte gibt es viel für uns zu entdecken potenziell. Und damit kommen wir schon ein bisschen zu dem, was der Stefan angeteasert hat. Zu einer, wie ich finde, ich finde ja Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ich finde sie durchaus irgendwie niedlich. Und dieses Tier ist in vieler Hinsicht besonders und aus einigen Gründen momentan wirklich ein heiß begehrtes Forschungsobjekt. Und zwar so heiß begehrt, dass Google einen eigenen Biotech-Ableger-Firma gegründet hat, die heißt Calico, die unter anderem Nacktmulle halten, um eben die Besonderheiten dieses Tieres zu erforschen. Stefan hat euch schon ein bisschen erzählt, diese Tiere leben wie Insekten in Staaten. Und diese Staaten werden von einer Nacktmull-Königin regiert. Die ist alles andere als lieb. Also die dominiert die anderen Weibchen so, also die stresst die so, dass die sich nicht fortpflanzen können. Nur sie. Und sie bestimmt auch, das wurde auch schon erforscht, den Pieps-Dialekt, der in der Kolonie gesprochen wird. Aber jetzt kommen wir vielleicht wirklich zu diesen physiologischen Besonderheiten, die der Nacktmull hat. Und das ist an seine Lebensdauer unter anderem geknüpft. Es gibt einen Mathematiker, der heißt Gomperz mit Nachnamen, und der hat ein Gesetz begründet, das besagt, dass quasi mit steigendem Alter die Wahrscheinlichkeit zu sterben steigt. Und hört sich jetzt lächerlich an, aber das ist tatsächlich nicht so eine blöde Beobachtung, weil er hat das wirklich in Zahlen gegossen und hat festgestellt, schlechte Nachricht für die meisten von uns, ab dem 30. Lebensjahr steigt, verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit zu sterben ungefähr alle acht Jahre. Also am Anfang hat man halt eine sehr kleine und das steigt halt sukzessiv an, leider die Realität unserer Existenz. Das gilt so ziemlich für alle höheren Tiere. Aber für den Nacktmull scheint dieses Gomperz-Gesetz nicht zu gelten. Ein Nacktmull, der 20 ist, hat keine höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben, als ein Nacktmull, der 5 ist. Und das Interessante ist, also wenn ich jetzt von Altersstufen wie 5 Jahre, 20 Jahre rede, dann mag Ihnen allen das nicht hoch erscheinen. Aber die Wahrheit ist, dass man schon die Größe des Tieres in Relation sehen muss. Es gibt nämlich einen sehr klaren Zusammenhang zwischen Größe eines Organismus, also bei Säugetieren ist das sehr klar ausgeprägt, und ihrer Lebenserwartung. Der Nacktmull kann ungefähr 30 Jahre alt werden. Das heißt, der wird älter zum Beispiel als eine Kuh. Die ist, ich weiß nicht, wie viel hundertmal schwerer als er und größer. Und das Spannende ist, deshalb ist er für die Forschung so interessant, er wird mit zunehmendem Alter, er vergreist nicht, er wird mit zunehmendem Alter sogar fitter. Ein Nacktmull Erwachsenenleben beginnt quasi als Amme, also da kümmern sie sich um die Neugeborenen. Dann wird man irgendwann befördert zum Tunnelgräber. Und wenn man dann so richtig alt ist und dann erst so richtig stark und fit ist, dann verteidigt man den Bau gegen die Schnabelnatter. Das ist der größte Feind vom Nacktmull. Das heißt, wenn wir Nacktmulle wären, dann wäre er wahrscheinlich der Toni Polster, der Topkicker und nicht der Kylian Mbappe. Sehr, sehr interessant. Aber warum ist das so? Und genau das versucht man eben gerade zu erforschen. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, man kennt schon alle Gründe dafür. Aber ein Grund ist, diese Tiere leiden niemals an Tumoren. Und das ist wirklich etwas, wo ich als Veterinärmediziner mal schluck, weil einfach alle Säugetiere irgendwann Tumore bekommen, wenn sie nur lang genug leben. Der Nacktmull nicht. Und da gibt es verschiedene Erklärungsansätze, warum das so sein könnte. Einen finde ich sehr anschaulich und relativ interessant. Und zwar liegt das an dem Ort, wo der Nacktmull lebt, in tiefen Erdbaun. Der muss sich oft durch enge Tunnel quetschen. Und deshalb muss seine Haut, von der er ja genug hat, sehr, sehr elastisch sein. Also er darf sich da nicht jedes Mal aufreißen, wenn er sich aneinander vorbeiquetscht oder so zu einem ganz engen Tunnel geht. Und deshalb hat sich die Evolution da was einfallen lassen. Und das ist eine besondere Variante eines Moleküls, das es auch in unserem Körper gibt. Und zwar die Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein Molekül, das unglaublich viel Wasser binden kann. Wenn ich jetzt mal in den Raum werfe, ein Gramm Hyaluronsäure, was würden Sie schätzen, wie viel Wasser das binden kann? Einfach mal so aus dem Bauch raus. Liter. Einmal 100 Gramm. Bitte? 100 Gramm. Einmal 100 Gramm. Wie sagen wir mal? Liter. Bitte? 1000 Gramm. 1000 Gramm, also ungefähr ein Liter. Wie ist das? 6 Liter. Das ist jetzt ein Gramm normale Hyaluronsäure. Deshalb ist das ein super ideales Molekül, das wir in unseren Gelenken haben, um im Knorpel Wasser eingelagert zu haben. Und wird auch gerne therapeutisch eingesetzt, wenn es da irgendwelche Probleme gibt. Der Nacktmull hat eine besondere Form der Hyaluronsäure. Die ist fünfmal schwerer als die Hyaluronsäure des Menschen. Und praktischerweise für den Nacktmull, man weiß nicht warum, also in unseren Körpern nimmt die Produktion der Hyaluronsäure kontinuierlich ab. Das ist beim Nacktmull nicht der Fall. Und was die Hyaluronsäure natürlich effektiv im Bindegewebe tut, und hier komme ich zum Krebs zurück, sie hält die Räume im Bindegewebe offen. Das heißt, das Immunsystem kann in diesen Räumen effektiver kommunizieren. Krebszellen oder Vorläuferzellen von Tumoren können leichter erkannt und eliminiert werden. Das ist allerdings nur jetzt ein Erklärungsansatz. Es gibt noch erheblich mehrere, also noch einige, an denen geforscht wird. Aber ich möchte noch auf eine andere Besonderheit eingehen. Und die hat mit dem Schmerz zu tun. Nacktmulle sind nämlich nicht nur langlebig und bekommen keinen Krebs, sie spüren auch keinen Schmerz. Und zwar ist das, wenn wir denken, wir spüren keinen Schmerz, denken wir sofort an eine Betäubung oder ein taubes Gefühl. Das ist aber nicht der Fall. Also wenn sich ein Nacktmull auf etwas Heißes mit seiner Pfote geben würde, würde er schon etwas spüren, aber es würde ihm nicht wehtun. Das ist etwas, das wir uns in dem Sinn nicht so vorstellen können. Und zwar vermutet man, dass das an dem Fehlen einer bestimmten Substanz liegt, die wir im Körper haben, die nennt sich Substanz P. Und das ist ein Schmerzbotenstoff. Spannenderweise hat man festgestellt, dass, wenn man diesen Botenstoff targetet im menschlichen Körper, dass das sowohl das physische Schmerzempfinden als auch die psychische Befindlichkeit beeinflusst. Und es gibt Medikamentenforschung, die sich an dieser Substanz P orientiert und schaut, was passiert, wenn man die beeinflusst, wenn man diese Spiegel senkt. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen zu einem Tier, das wir vielleicht alle ein bisschen besser kennen. Und jetzt geht es schon um etwas Medizinisches. Nämlich, ich werfe jetzt einfach mal etwas in den Raum und sage, Kühe sind Fleischfresser. Wer glaubt mir? Ein paar glauben mir, die meisten glauben mir aber nicht. Okay, ich revidiere, ich sage, Kühe sind Eilisfresser. Und ich sage das deshalb, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß, dass im Publikum eine Tierernährungsexpertin sitzt, die mich jetzt wahrscheinlich total aufmachen kann. Aber das Verdauungssystem der Kühe ist extrem ausgeklügelt. Also da gibt es drei Vormägen, die funktionieren wie riesige Fermentationskammern. Und der größte Vormagen ist der sogenannte Pansen. Und warum kann eine Kuh Gras fressen und wir nicht? Das liegt an diesen Vormägen. Wir können schon, wir können es nur nicht aufschließen und verwerten. Wir haben nicht viel davon, es wäre, glaube ich, nicht so angenehm dran. In diesen Vormägen ist ein ganzes Ökosystem an Einzellern, Pilzen und Bakterien. Und die schaffen es, das Gras und die Zellulose darin aufzuschließen. Und sie verdaulich für die Kuh zu machen. Die Kuh verdaut aber nicht nur diese Ergebnisse der mikrobiellen Verdauung, sondern auch die Einzeller und Bakterien selbst. Deshalb könnte man sagen, die Kuh ist auch ein Fleischfresser, denn Einzeller sind auch Tiere. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt? Das Spannende ist dieser Saft, der da im Pansen ist. Als ich Veterinärmedizin studiert habe, mussten wir lernen, den zu beurteilen. Da wurde gesagt, der riecht aromatisch und heuartig. Ich sage jetzt Ihnen ehrlich, der riecht nach Kuhfladen. Aber wenn man den schon anschaut, ohne Mikroskop, ohne nichts, und man hält das gegen das Licht, sieht man, wie es da drin wurrt. Und letztes Jahr hat eine Forschergruppe an der BOKU festgestellt, dass da Mikroben drin sind, die in der Lage sind, Plastik aufzulösen und zu verdauen. Also diese evolutionär geniale Erfindung hat uns eine Möglichkeit gegeben, sogar PET-Flaschen zu verdauen und aufzulösen. Einfach mal ein Beispiel, das jetzt nicht unbedingt für die Medizin nützlich ist, aber wie ich finde, ganz spannend. Kommen wir zu Panda-Bären. Panda-Bären sind herzig, gefallen uns, aber sie sind auch ein bisschen ins Zentrum der Forschung gerückt, wegen ihres Immunsystems. Der Panda nimmt eine ganz enge ökologische Nische ein, also der kommt wirklich in diesen Bambuswäldern vor, der braucht diesen Bambus, das ist seine Hauptnahrung. Eine Bekannte von mir hat einmal gesagt, die ökologische Nische vom Panda ist eigentlich so eng, man könnte fast sagen, der will aussterben. Das kommentiere ich jetzt nicht. Aber man hat festgestellt, dass vielleicht auch durch diese enge ökologische Nische der Panda ein Immunsystem hat, das ein wenig anders ist als das anderer Tiere. Und zwar beziehe ich mich jetzt auf den alten Teil des Immunsystems, das sogenannte angeborene Immunsystem. Und zwar hat man im Panda eine bestimmte Art von Peptiden gefunden, das sind kleine Moleküle, die aus Aminosäuren bestehen, die in die Zellwand von Bakterien Löcher machen. Diese Peptide nennt man Kathelizidine. Und man hat in den ersten Experimenten gesehen, hey, diese Kathelizidine sind eventuell nützlich, weil die haben in vitro gegen Antibiotika-resistente Bakterien, wirken die sogar schneller als noch gängige Antibiotika, also als Antibiotika, die gegen diese resistenten Keime noch funktionieren. Und dann ist man ein bisschen tiefer in die Forschung gegangen, hat festgestellt, hey, diese Kathelizidine, diese kleinen Peptide, gibt es auch bei anderen Tierarten, bei Schlangen, bei Waranen, bei manchen Vögeln. Und man evaluiert die jetzt eben als quasi ein Ersatz für Antibiotika, um eben Antibiotika-resistente Bakterien in Zukunft auch behandeln zu können. Also man muss rechnen, allein durch diesen Medizillin-resistenten Staphylococcus aureus gibt es in Österreich jährlich mehr als 10.000 teilweise lebensbedrohende Infektionen. Tendenz sehr stark steigend. Kennt jemand diesen Vogel? Also, das ist ein Bartgeier. Ich persönlich finde, das ist einer der schönsten Vögel überhaupt. Also ich lasse niemandem sagen, Geier sind Schirch, also das ist doch wirklich ein wunderschönes Tier. Also ist im Alpenraum wieder erfolgreich nach der Ausrottung angesiedelt worden. Und ich möchte es jetzt aber vom Alpenraum weg nach Indien entführen. In Indien hatten Geier wirklich eine ganz besondere Rolle, nämlich die der Gesundheitspolizei. Also man muss wirklich sagen, dort ist einfach eine ganz andere Situation als bei uns. Da liegt einfach schnell einmal ein Tierkadaver rum. Und diese Tierkadaver sind unglaublich gefährlich seuchentechnisch und müssen idealerweise beseitigt werden. Und der Geier hat hier ein Tool, das auf der Welt seinesgleichens sucht, und zwar seinen Magen. Im Magen eines Geiers ist Magensäure hundertmal konzentrierter als bei uns. Der Magen eines Geiers ist ungefähr so sauer wie eine Autobatterie. Also da wird sogar Metall teilweise aufgelöst. Und der Geier, wenn der jetzt an einem Kadaver frisst, und da sind Sporen oder andere Krankheitserreger, kann der die vernichten. Selbst Milzbrandsporen kann der vernichten, dieser Magen. Die sind dann nicht mehr in der Umwelt und keine Gefahr mehr für den Menschen. In Indien hat das eigentlich immer sehr gut funktioniert. Da gab es 1980 40 Millionen Geier. Heute gibt es 100.000. Niemand hat diese Geier bejagt. Niemand hat die Kadaver weggenommen. Sie sind einfach still und leise verschwunden. Und ich bin ein bisschen mit stolz zu sagen, dass dieses Mysterium der verschwundenen Geier von ein paar Tierärzten aufgeklärt worden ist. Gleichzeitig sind die Tierärzte aber irgendwie auch schuld gewesen, dass die Geier verschwunden sind. Man ist nämlich draufgekommen, dass die Geier Kadaver gefressen haben von Nutztieren, die metronärmedizinisch behandelt worden sind. Und zwar mit einem Wirkstoff, den Sie alle kennen. Na? Voltaren. Voltaren ist ein Produktname. Der Wirkstoff ist Diclofenac. Das ist ein anti-entzündliches, schmerzstillendes Mittel. Und was niemand ahnen konnte und was niemand wusste, ist, dass das für die Geier einfach schon durch ihren extrem guten Magen in für sie tödlicher Konzentration aufgenommen wurde, das Diclofenac, und ihre Nieren zerstört hat. Eines der wenigen veterinärmedizinischen wirklich Artikel, die es ins Fachblatt Nature geschafft haben. Man hat das Verschwinden der Geier zwar aufgeklärt, das ist jetzt aber zehn Jahre her und man hat nicht geschafft, das einzudämmen, weil einfach dieser Wirkstoff so breite Anwendung findet. Aber hier auch etwas ganz Besonderes, was uns die Tierwelt quasi für Public Health geschenkt hat, der Geiermagen. Und was halt jetzt passiert ist, dass zum Beispiel streunende Hunde diese Kadaver fressen, aber deren Magen einfach nicht so effektiv ist, wie der der Geier und die Krankheitserreger nur teilweise zerstört werden und es einfach vermehrt, zur Vermehrung dieser streunenden Hunde kommt, dadurch auch in diesen Regionen mehr Tollwut gibt. und auch Geschichten wie Milzbrand und Botulismus leider immer wieder dort aufflammen. Jetzt kommen wir aber zu einem Tier, das Sie alle kennen und da erzähle ich Ihnen vielleicht gar nicht so viel Neues, aber ich bin einfach immer wieder beeindruckt, was diese kleinen Bienen alles können. Und beginnen wir mal mit dem Honig. Honig hat in klinischen Studien wirklich super Wirkungen, was Wundheilung betrifft. Also es sorgt wahrscheinlich durch den hohen Zuckergehalt zur besseren Ausgranulierung, Austrocknen und Heilung. Was man aber übrigens nicht tun sollte, ist Honig im Supermarkt kaufen und sich auf eine Wunde schmieren, weil der Honig ist zwar an sich steril, aber es kann trotzdem sein, dass in dem Honig halt irgendwelche Sporen herumliegen, die sich dann in der Wunde plötzlich denken, oh, super, da ist Saft, da geht es mir gut, ich schlüpfe mal und vermehre mich massiv. Nein, Sie nehmen Honig aus der Apotheke. Und was noch eigentlich interessanter ist als Honig medizinisch, ist der Haushaltsreiniger der Bienen, Propolis. In so einem Bienenstock ist es warm, ist es feucht, da würden sich eigentlich unzählige Keime wohlfühlen und deshalb haben sich die Bienen hier dieses Propolis einfallen lassen. Propolis hat die Schwierigkeit, dass es keine einheitlich definierte Substanz ist. Das besteht immer so ein bisschen aus dem Speichel der Bienen, das ist immer gleich, aber dann immer so aus den Harzen und aus den verdauten Harzen, die halt gerade so in der Umgebung sind. Also jedes Propolis ist ein bisschen anders, das macht die Erforschung ein bisschen schwierig. Aber was man beim Propolis gesehen hat, es hilft super, besser als die meisten zugelassenen Arzneimittel bei Fieberblasen. Und wenn man das jetzt systemisch einnimmt, also wenn man es schluckt, dann hat das eine gewisse positive Effekte auf erhöhte Blutzuckerwerte und auch so Langzeitzuckerwerte. Also es ist ein bisschen etwas, was man zusätzlich tun kann zu einer etablierten Medikation, wenn man unter Diabetes leidet. Und es senkt auch in klinischen Studien Entzündungswerte, die zum Beispiel bei Rheuma vorkommen. Da ist aber noch mehr Forschung nötig, damit man weiß, ob da wirklich ein nennenswerter Effekt zum Beispiel bei einer rheumatischen Erkrankung da ist. Wer kennt diese charmanten Tiere? Wer kann mir ein Beispiel nennen, für was die medizinisch gut sind? Fangfrage. Ja, das stimmt. Sehr gutes Beispiel. Das ist, und das führt auch direkt zu dem, zu dem, was ich Ihnen sagen will. Das ist quasi eine gerinnungshemmende Substanz, die im Speichel der Blutregel ist. Und diese Hyrhodoidsalbe kann man, glaube ich, anwenden, wenn man so Hämatome hat, damit sich die schneller auflösen. Kennt noch jemand ein Beispiel? Krampfadern. Wäre mir eher neu. Geschichtlich, das große Beispiel, für was man den Blutregel verwendet hat. Den Adalas. Und tatsächlich, für diese große Wirkung, für den man ihn jahrhundertelang eingesetzt hat, gibt es relativ wenig wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendwas nützt. Könnte sein, aber so richtig gezeigt ist das nicht. Es gibt aber eine Geschichte, eine medizinische Geschichte, wo Blutregel unersetzlich sind. Und das ist, wenn durch einen Unfall man Gliedmaßen verliert. Also zum Beispiel einen Finger oder so. Wenn das passiert und man ist schnell im Spital, ist es oft noch möglich, dass man das wieder annäht. Aber was dann passiert, also zum Beispiel, wenn Sie einen Finger verlieren würden und der würde wieder angenäht werden, dann kommt es hier durch, da sind einfach die kleinen Blutgefäße abgerissen, kommt es hier so zu Blutversackungen. Und das ist gefährlich, weil dieses Blut, dieses Blut kann gerinnen, da kann, da können keine, da kommt keine Zirkulation hin, keine Nährstoffe. das kann sich dann leichter infizieren, es kann nicht gut heilen, es kann nicht wieder gut zusammenwachsen. Und da legt man dann Blutegel an, die dieses versagte Blut wirklich zielgerichtet, fast mit chirurgischer Genauigkeit, muss man sagen, absaugen und so dazu führen, dass sich das weniger leicht infiziert und dass das schneller heilt. Und da gibt es wirklich nichts, was der Wirksamkeit eines Blutegels nahe kommt. Müssen aber sterile Blutegel sein. Müssen natürlich sterile Blutegel sein. Lieber nicht aus der Pferdeschwemme, sondern... Ups, jetzt bin ich in die falsche Richtung gegangen, pardon. Okay, ähm, bin ich neugierig. Hat jemand von Ihnen schon mal gehört, welche revolutionäre medizinische Entdeckung in diesen wunderbaren Tieren ruht? Die Nanopublikum. Ah, ich habe zwar jetzt nicht gesehen, wer es gesagt hat, aber es gibt einen echten Experten im Publikum. Richtig. Ähm, wenn man so das moderne Who-is-who der Medikamente anschaut, die teuersten, ähm, die teuersten Medikamente, die wir momentan haben, dann sind das sogenannte monoklonale Antikörper. Das sind im Prinzip Proteine, die so designed sind, dass sie in unserem Körper an eine Zielstruktur binden, die kann man, die werden angewandt bei vielen Krebserkrankungen, die werden angewandt bei verschiedenen entzündlich-traumatischen Erkrankungen, da sind sie wirklich nicht mehr wegzudenken, generieren Milliarden an Umsätzen. Unvorstellbar. In den 80er Jahren tatsächlich schon ist jemandem aufgefallen, auch ein Veterinärmediziner, dass in Kamelartigen, da gehören auch diese Alpakas dazu, eine ganz besondere Form von Antikörpern vorkommt. Und zwar, ähm, kleinere Antikörper, simpel ausgedrückt. Ähm, man hat die dann entweder Camelit-Antibodies oder Nano-Bodies genannt. Und man hat das zwar entdeckt, aber eigentlich jahrzehntelang nichts damit gemacht. Vor ein paar Jahren ist aber die Forschung an diesen Camelit-Antibodies regelrecht explodiert. Die haben nämlich Eigenschaften, die diese bereits etablierten, großen, monoklonalen Antikörper nicht haben. Dadurch, dass sie kleiner sind, kommen sie wirklich auch in die verstecktesten Winkel des Gewebes und finden da vielleicht am ehesten das Tumorepitop oder, ähm, den Entzündungsherd. Aber das ist nicht alles. Die Struktur von denen ist so besonders, also wenn wir normal an Eiweiße denken, was ja, ähm, Proteine und Antikörper sind, dann halten die nur eine Temperatur von ungefähr 41 Grad aus. Dann werden sie kaputt, dann denaturieren sie. Da passiert das Gleiche wie bei einem, wie bei einem Spiegelei. Nano-Bodies bleiben bis zu einer Temperatur von 90 Grad stabil. Und jetzt komme ich wieder zur Größe zurück. Weil die so klein sind, kommen die nicht nur im Gewebe überall besser hin, sondern sie können auch Barrieren besser überwinden. Und man hat zum Beispiel das Problem, wenn Patienten unter Hirntumoren leiden, kommt man da eigentlich mit den herkömmlichen Antikörpern nicht besonders gut ran. Weil das Gehirn ist ja vom Rest des Kreislaufs durch die Blut-Hirn-Schranke geschützt, die eigentlich so größere Dinge wie einen Antikörper nicht durchlassen sollte. Diese Nano-Bodies können die Blut-Hirn-Schranke überwinden und deshalb sind sie interessante Kandidaten, um gefährliche Hirntumore zu behandeln. Aber auch in der Infektionsbekämpfung spielen die eine Rolle. Man hat zum Beispiel, man forscht zum Beispiel gerade an Nano-Bodies, mit denen man Corona behandeln kann. Man hat das eigentlich relativ einfach so gemacht. Man hat quasi die Alpakas geimpft und sich dann die Antikörper angeschaut, die die bilden, hat die effektivsten rausselektiert und baut die nun nach. Und wiederum, weil das eben so kleine Strukturen sind, kann man die wahrscheinlich sogar lokal anwenden. Also normale, die großen Antikörper, die muss man immer entweder unter die Haut oder in die Vene spritzen. Das könnte man sogar, da ist denkbar, dass man das zum Beispiel als Spray auf die Schleimhäute tut. Also da entsteht eine ganz neue Klasse von Medikamenten in ganz viele verschiedene Krankheiten. Jetzt möchte ich ein bisschen ein Erlebnis erzählen, das mich zu einer weiteren besonderen Tiergeschichte bringt. Das da ist ein Kaiserskorpion. Und eine Kollegin von mir hat ihre Diplomarbeit mit diesen Tieren geschrieben. Und zwar hat sie erforscht, ob und wie man diese Tiere in Narkose legen kann. Fragen Sie mich nicht warum, aber sie brauchte Hilfe und ich habe ihr geholfen. Und sie hatte da so ein Gerät, da hat man die so eine Plastikflasche, da hat man das Narkosegas eingeleitet und da waren die Skorpione drin. Und tatsächlich, man konnte die narkotisieren, um eben und eben dann zu schauen, was das halt mit dem Skorpion macht, hat sie dann Blut abgenommen. Warum sage ich das so zögerlich? Skorpione haben nämlich kein Blut, sondern etwas anderes. Und das ist mir so bildlich noch vor Augen, wie meine Kollegin das gemacht hat. Die hat zwischen den Rückenpanzerplatten des Skorpions ist mit einer Nadel rein und hat etwas aufgezogen und das war strahlend blau. Das nennt man Hämolymphe. Und so Gliederfüßer haben Hämolymphe statt Blut. Die haben eben kein eisenhaltiges Hämoglobin, so wie wir, das eben diese Rotfärbung macht, sondern bei denen funktioniert, zumindest so, habe ich es verstanden, der Sauerstofftransport kupferbasiert, eben mit dieser Hämolymphe. Die Hämolymphe haben auch andere Tiere, wie zum Beispiel dieses hier, ein Pfeilschwanzkrebs, genau, Pfeilschwanzkrebs und die hat einige besondere Fähigkeiten, die wir uns zunutze machen. Also zum Beispiel hat man in der Hämolymphe einer Meerschnecke eine Substanz gefunden, die heißt Hämozyanin. Und dieses Hämozyanin ist ein extrem guter Stimulator unseres Immunsystems. Warum auch immer, aber das gibt man mittlerweile bei Immuntherapien, die Tumoren bekämpfen sollen, dazu, damit das Immunsystem richtig heftig nochmal auf den Tumor reagiert. und bei diesen Pfeilschwanzkrebsen ist es so, da werden jährlich vor der US-Küste zigtausende von denen gefangen, um denen ein bisschen ihrer Hämolymphe abzunehmen. In deren Hämolymphe ist nämlich etwas ganz Besonderes. Die Zellen, die dort drin sind, sondern bei Kontakt mit Bakterien etwas ab, was diese Flüssigkeit in ein Gel verwandelt, in so ein schleimiges Gel. Und das macht man sich zunutze und verwendet das für die Lebensmittelsicherheit. Milch, Eier, andere Lebensmittel, da prüft man auf Verderbnis mit Substanzen, die aus der Hämolymphe dieser Pfeilschwanzkrebse stammen, denn man sieht, wenn das bakteriell kontaminiert ist, entsteht da so ein schleimiges Gel. Klar. Problem, weil man hat ja damals Pyrogenteste nicht gemacht, man hat ja Pyrogenteste gemacht, die sind ja voll interessant, also im ersten Arzneimittel nicht so hoch durchgelegt sein, haben wir ein Problem, und das hat man früher gemacht mit Kaninchen, dann hat man gesagt, naja, die Kaninchen, die kann man nur einmal gebrauchen, aber die fördern nicht aus, dann werden sich natürlich die Kaninchen und die Zeitstandsfeste hat man gesagt, das ist kein Problem, die kommen Millionenfach vor, noch einmal öfters die Wünsche abnehmen, aber die fördern dann auch, und das hat jetzt dazu gebracht, dass die Teilstandsfeste reduziert werden und die Teilen dann gefährdet sind, und die Kaninchen jetzt auch immer noch machen, ne? Wir haben das damals gerettet und nicht mehr laut sage, sie haben dann die Kaninchen, weil sie nur einmal verwendbar waren, in Tiergarten kommen lassen und jetzt haben dann die Kinder und die Katzen verwendet, ja? Sie haben recht, also was tatsächlich so ist, es gibt in Bezug auf die Pfeilschwanzkrebse immer stärkere Regulierungen, wie diese Hämolymphabnahme zu erfolgen hat, um die Tiere möglichst zu schonen und die meisten Pfeilschwanzkrebse überleben das, aber es stimmt, dass jährlich tatsächlich leider immer noch einige tausend nach dieser Prozedur versterben. Man ist dran, auch diese Substanzen synthetisch herzustellen und mein Letztstand war, man hat das auch geschafft, aber das hat noch nicht irgendwie diesen durchschlagenden Erfolg, dass man das in der Masse anwendet. Man versucht natürlich hier quasi die Natur als Blaupause zu verwenden und nicht mehr das Tier selber hier ausnutzen zu müssen, was finde ich der richtige Ansatz ist. Auch hier aber wirklich etwas, was in der Natur durch Anpassung möglicherweise war für den Pfeilschwanzkrebs einfach wichtig, dass, wenn der eine Wunde hat, das möglichst schnell verschlossen ist, wenn der Bakterien versuchen, in den Organismus zu gelangen und uns nützt es eben in Bezug auf Lebensmittelsicherheit. Ich rede immer sehr viel von der Zukunft und was vielleicht einmal erforscht wird oder was gerade erforscht wird und vielleicht einmal wirklich nutzbar ist, aber jetzt möchte ich von etwas erzählen, was schon ganz lang in der Medizin benutzt wird. Und zwar ist das eine Komponente aus Schlangengift, einer Schlange, die dieser ähnlich ist, es ist nicht die gleiche, und zwar ist das eine Lanzenotter und eine andere Spezies von Lanzenottern, pardon, dass ich nicht von der richtigen Spezies ein Foto gefunden habe, nämlich die Yararaca Lanzenotter. Da hat in den 60er Jahren ein Doktorand in diesem Gift, in dem hunderte verschiedene Komponenten, biologisch aktive Komponenten sind, etwas entdeckt. Und zwar hat sein Doktorvater in Brasilien schon länger an diesem Gift geforscht, hat eine Substanz entdeckt, die Pradykinin heißt, und die sehr wichtig beim Schock geschehen ist. Also die führt dazu, dass sich die Gefäße weiten und der Blutdruck absackt. Aber dem Doktoranden ist aufgefallen, dass das Gift dieser Schlange zu viel stärkeren Blutdruck Abfällen führt, als das Pradykinin tun sollte. Und er hat dann festgestellt, dass da noch was drin ist, was quasi die Wirkung von Pradykinin boostert, also das ganz stark verstärkt und hat dann auf Basis dieser Vorlage eine Substanz synthetisiert, also da hat er die Schlange dann nicht mehr gebraucht, die Captopril heißt. Und das war die Geburtsstunde der sogenannten ACE-Hämmer. Und das ist eine Klasse von blutdrucksenkenden Medikamenten, die seit Jahrzehnten von Millionen von Menschen eingenommen wird, um ihren Bluthochdruck zu behandeln. Stammt, wissen gar nicht so viele, aus dem Gift einer Schlange ursprünglich. Ein weiteres Gift hier, ich bin ja, es hört sich jetzt komisch an, wenn ich sage, ich bin ein Fan von Giften, natürlich nicht, wenn sie mich selber betreffen würden, aber ich sage ganz gern, wir sind ein bisschen in der Forschung an Substanzen, die wir aus der Tierwelt verwenden können, sind wir ein bisschen im Zeitalter der Gifte, weil wir einfach technisch in der Lage sind, auch kleinste Mengen von Tiergiften, also von kleinen Tieren wie Spinnen oder Skorpionen zu analysieren. Und oft sind da Dutzende, Hunderte biologisch aktive Substanzen drin, die wir vorher nicht kannten und die aber alle einen bestimmten Effekt auf den Körper haben, den man hier wurde das bereits gemacht, kennt jemand dieses Tier? Kegelschnecke, ja, ist eine unglaublich giftige Artengruppe von Meerestieren, sie haben ein wunderschönes Haus, bitte wenn sie eine sehen, greifen sie ja nicht hin, sie hat nämlich, hier sieht man diesen Rüssel, und aus diesem Rüssel kommt im Fall des Falls so ein Schlauch mit einer ungefähr ein Zentimeter langen Harpune raus, also wenn sie Zeit haben, schauen sie mal, auf YouTube Kegelschnecke jagt, das ist sehr sehr gruselig, also die schleicht sich an schlafende Fische heran, dann tut sie ganz langsam diese Harpune aus, dann macht sie zick, der Fisch ist so, und plötzlich wird dieses kleine Ding so groß und die Schnecke macht schlupp und der Fisch ist weg. Das Gift der Kegelschnecke lähmt und man hat in diesem Gift eine Substanz entdeckt, die nennt man Konotoxin und aus diesem Konotoxin hat man mittlerweile sogar ein Medikament geschaffen, das zugelassen wird, das verwendet wird. Wenn man dieses Medikament braucht, geht es einem wirklich, wirklich schlecht. Das ist wirklich, wenn nichts mehr anderes hilft, dann wird dieses Medikament, das aus dem Gift der Kegelschnecke das war die Vorlage dafür, dieses Medikament muss nämlich quasi direkt am Rückenmark gegeben werden, also üblicherweise durch eine Schmerzpumpe, aber das hilft wirklich Patienten, die so schlimme Schmerzen haben, dass nichts anderes mehr hilft und wird hier bereits angewendet. Dieses kleine Kerlchen kennen Sie vielleicht, ich finde, ich muss leider sagen, ich liebe Kugelfische, die schauen einfach so toll aus und wahrscheinlich weiß jeder von ihnen oder fast jeder von ihnen, dass Kugelfische super giftig sind. Die Japaner finden das ja super, die trotzdem zu essen, obwohl in Haut und Leber eben dieses Gift angereichert ist und in den Eierstöcken, ich sage da ganz gern, die Weibchen sind giftiger und dieses Gift ist ich glaube 0,5 bis 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist tödlich. Aber auch hier und hier ist man tatsächlich in der Forschung schon relativ weit, gibt es klinische Studien an Menschen, dass bei den Schmerzzuständen, die bei Krebspatienten auftreten und wo nichts anderes mehr hilft, scheinen kleine Dosen von diesem Kugelfisch Gift, dem Tetrodotoxin zu helfen. Unter anderem auch bei den Symptomen vom Heroinentzug. Also vielleicht sollten wir nicht Kugelfische essen und dabei Angst haben, sondern uns auf diese tolle positive Wirkung konzentrieren. Vogelspinnen. Wiederum muss ich mich kurz entschuldigen, das ist nicht ganz die richtige Spezies. Die richtige Spezies wäre die peruanische Vogelspinne, von der habe ich aber kein Bild gefunden, die ist so blauschillernd und ziemlich grantig, die bombardiert nämlich extrem gerne, also sogar Spinnenliebhaber, die gerne Vogelspinnen halten, halten die nicht gern, die bombardiert gerne, wissen sie, was bombardieren ist? Ich sehe vereinzeltes Nicken, aber eher Ratlosigkeit. Bombardiert ist, wenn sie zur Spinne kommen und die Spinne kann sie nicht ausstehen und will, dass sie weggehen, dann dreht sie sich um, zeigt ihnen das Hinterteil und streicht ganz schnell mit den Hinterbeinen über ihren Leib. Und was dabei passiert ist, dass sich diese Härchen, die man da sieht, die Brennhaare lösen, auf Haut und Schleimhäute gehen und da Reizungen auslösen. Also das heißt, lass mich gefälligst in Ruhe. Und man spürt das auch ziemlich heftig. Und diese peruanische Vogelspinne wird gerade an der University of California in Davis erforscht. Und auch in der hat man Dutzende verschiedene biologisch aktive Substanzen gefunden. Aber eine davon ist besonders vielversprechend. Die scheint nämlich eine ähnlich starke Wirkung wie Opioide zu haben, aber ohne abhängig zu machen. Und man hat dort in Davis eine recht interessante Herangehensweise und zwar nimmt man sich quasi von Gifttieren diese Komponenten aus dem Gift heraus und modifiziert sie dann aber noch ein bisschen, damit sie nicht mehr die schädliche Wirkung des Gifts haben, sondern wirklich nur das, was man möchte. Weil natürlich ist reine Schmerzstillung jetzt nicht unbedingt im Sinne eines Gifttiers, aber mit ein paar Modifikationen ist es tatsächlich möglich. Und man muss sich den Impact vorstellen, was das haben könnte, wenn das Erfolg hat. Also von Opioid Sucht sind einfach Millionen von Menschen betroffen und in den USA vor allem, wo einfach die Verschreibung weniger kompliziert ist als bei uns, da gibt es teilweise ganze Langstriche, wo fast jeder betroffen ist. Und was das einfach bedeuten würde, wenn man heftige Schmerzzustände bei uns 20% der Leute sind vom chronischen Schmerz betroffen. Und wenn man hier ein neues, starkes Schmerzmittel hat, das nicht zur Abhängigkeit führt, das wäre der absolute Jackpot. Und möglicherweise hilft dieses wunderschöne Tier oder eine ähnliche Spezies dabei. Ich möchte nun ein bisschen weggehen von Giften und ein bisschen dazu gehen, was eigentlich die Tierwelt und die Biodiversität tut, ohne diesen konkreten medizinischen Nutzen. Weil Sie könnten jetzt natürlich zu Recht sagen, ich rede eigentlich nur davon, Tiere haben nur eine Daseinsberechtigung, wenn sie uns medizinischen Nutzen bringen. Nein. Allein, dass sie da sind, ist schon ein Nutzen für uns. Das ist ein Foto, das ich selber gemacht habe. Das ist eine Baby Ringelnatter. Die ist so klein, wenn Sie genau schauen, hier ist eine Ameise, die den Kopf von der anschaut. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist es so, wenn ich besondere Erlebnisse mit Wildtieren habe, besondere Beobachtungen, das gehört einfach zu den tollsten Momenten im Leben. Und man kann da wirklich, vielleicht auch wenn Sie selber genau daran, wann das passiert ist, wo das passiert ist, und die Freude, die man gespürt hat. Das Erleben der Natur ist etwas ganz Besonderes. Dazu müssen Sie gar keinen großartigen anderen Nutzen haben. Sie begeistert uns noch Jahre später. Das ist glaube ich fünf Jahre her. Ich bin noch immer fasziniert. Das war ein bisschen Erlebnisse mit Wildtieren. Aber kommen wir zu unseren Haustieren. Kommen wir zu Katzen und Hunden. Wenn Sie Ihren Hund oder Ihre Katze streicheln, passiert etwas. Und zwar im Wesentlichen das Gleiche, wie wenn Sie von Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin berührt werden. Es wird nachweislich Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin ist, das macht so ein wohliges, entspanntes Gefühl, ist vertrauensbildend. Da gibt es eigentlich eine ganz witzige Geschichte von zwei Wühlmausarten, der Präriewühlmaus, die komplett monogam ist und der Bergwühlmaus, die ziemlich wild treibt. Und da hat man festgestellt, dass diese Spezies, die sich sehr ähnlich sind, sich hauptsächlich am Oxytocin-Spiegel unterscheiden. Also wenn Sie ein Tier zu Hause haben und das streicheln, dann trägt das zu ihrem psychischen Wohlbefinden bei. Bei Hunden, also ich finde, da sieht man schon den grimmigen Jagdhund, der das einmal wird. Bei Hunden gibt es auch sehr interessante Forschung, und zwar, dass schon Babys, also wenn sie sechs Monate alt sind, können die schon unterscheiden, ob sie einen echten Hund vor sich haben oder einen batteriebetriebenen Spielzeughund. Also die reagieren mehr auf das echte Tier, lachen, interagieren. Und schon im Volksschulalter ist das für Kinder mehr oder minder ein Freund. Also Kinder erzählen einem Hund oft, auch wie sie sich fühlen. Die lernen dadurch schon extrem früh, was es bedeutet, über Probleme zu sprechen, über Gefühle zu sprechen. Das hilft ihnen im weiteren Leben sehr. Das ist nicht nur so ein Schlagwort, dass man sagt, Hunde helfen auch bei der Sozialisierung des Menschen. Und das zieht sich durch unser Leben weiter. Wenn man dann vor allem auch die Senioren betrachtet, da gibt es wirklich Untersuchungen, die zeigen, dass ältere Menschen, die Hunde haben, einen niedrigeren BMI haben, fitter sind, mehr in der Gegenwart leben, weil sie einfach auch sich mit anderen Leuten auf der Straße austauschen und einfach generell vitaler sind. Das sind nur ein paar kleine Beispiele, was unsere Haustüre für uns tun. Jetzt möchte ich von den schönen Sachen ein bisschen zu dem kommen, was passieren kann, wenn wir Biodiversität oder einfach auch die Natur als solches nicht unbedingt wertschätzen, da möchte ich Sie in die 1920er Jahre entführen und zwar nach Kamerun, das heutige Kamerun. Damals war das so, dass durch die Kolonialherren und die landwirtschaftlichen Begehrlichkeiten sich die dörflichen Strukturen da eher aufgelöst haben und die Leute wurden von ihrem Land relativ großflächig vertrieben. Und das ging halt immer weiter und die Bevölkerung ist dann halt immer mehr in Lebensräume vorgedrungen, die man bisher nicht besiedelt hat, abgelegene Wald- und Dschungelgebiete. Und um halt über die Runden zu kommen, hat man begonnen, vermehrt auf sogenanntes Buschmied zurückzugreifen, in dem Fall auf Schimpansen. Und man kann mittlerweile verstörend genau rekonstruieren, dass es wirklich Anfang der 1920er Jahre zu einem Event gekommen ist, wo ein wahrscheinlich durch eine Affenjagd ein Virus namens SIV, das die Affen in sich trugen, die schon Jahrtausende wahrscheinlich damit gelebt haben, denen das nichts mehr ausgemacht hat, auf den Menschen übergesprungen ist. Die Spur verliert sich dann ein bisschen, aber in den 30er Jahren hat man dann in Kinshasa seltsame Krankheitsausbrüche beobachtet. Das war jetzt irgendwie, das Verwirrende daran war eigentlich, dass das nicht eine konkrete Krankheit war, sondern dass es Krankheitsausbrüche von ganz verschiedenen Krankheiten gab. Mehr wirklich Details weiß man dazu nicht, aber man vermutet, dass das eigentlich tatsächlich erste Folgen von Infektionen mit dem HIV-Virus waren. Und ja, den Rest der Geschichte kennt man, denke ich. Millionen von Toten mittlerweile, mehr als der Erste Weltkrieg gefordert hat und im Prinzip alles eine Folge vom Raubbau an der Natur in den 20er Jahren. Und das ist jetzt ein Beispiel, wir können über fünf andere reden, möchte ich heute gar nicht machen, aber so viele wunderbare Dinge wir aus der Artenvielfalt generieren können, so heftig feuert es auf uns zurück, wenn wir nicht darauf Rücksicht nehmen. Wie können wir eigentlich so ein bisschen etwas für die tierische Artenvielfalt tun und vielleicht uns diesen Schatz bewahren? Und der erste Tipp oder das erste Anliegen, das ich habe, ist so ein bisschen die Natur vor der Haustür kennenlernen. Ich bin da sehr nerdig, ich mache das sehr gern, ich was ich hier erblicke, erkennt es jemand? Mauersegler, danke. Total faszinierend, können Sie im Sommer überall in Wien sehen, das sind Tiere, die nur landen um zu brüten, die schlafen sogar im Flug, ich finde das so faszinierend. Viele Leute wissen das gar nicht, haben übrigens auch im Flug Sex und während sie Sex haben, stürzen sie ab, das heißt, es ist wichtig, dass sie aus ausreichender Höhe beginnen. Und einfach, ich finde, das ist irgendwie so, das schönste, was man tun kann, die Natur vor der Haustür kennenlernen und was man kennt, ist einem was wert. Da ist man emotional involviert, wenn das weg ist, tut es weh, so wie mir irgendwie wehgetan habt, dass plötzlich im sagt es vielleicht auch, man erzählt vielleicht auch davon. Also wirklich meine Einladung, so Sie das nicht sowieso machen, lernen Sie bitte die Natur vor Ihrer Haustür kennen und reden Sie darüber. Das ist manchmal von Erfolg gekrönt, manchmal stößt man eher auf taubere Ohren. Das nächste Thema, das ich leider ein bisschen ansprechen muss, ist, was man gerade in Österreich so massiv tun soll. Ich möchte das mit einer unangenehmen Frage beginnen. Wann haben Sie Ihre letzte Lerche gesehen? Haben Sie überhaupt schon mal eine Lerche gesehen? So, man wissen nicht genau. Das ist so eine Sache, also selbst da habe ich jetzt schon bemerkt, wie rapide einfach die Bestände von einem Vogel mit der Feld Lerche in den letzten Jahren abgenommen haben. Und das liegt einerseits, das sind Wiesenvögel, Wiesenvögel in Österreich sind seit den 1980er Jahren um 40 Prozent zurückgegangen. Das liegt einerseits an der intensiven Landwirtschaft an der sondern in Österreich haben wir, und das ist eine massive, massive schlimme Bedrohung für die tierische Artenvielfalt, die Bodenversiegelung. 30 Fußballfelder täglich. Sie kennen das eh aus den Nachrichten, recht viel mehr sage ich dazu gar nicht, aber denken wir vielleicht nach, ob wir den einen oder anderen Parkplatz, die eine oder andere Straße oder den zehntausendsten Gewerbepark wirklich brauchen. Vielleicht jetzt das Thema, was für die Artenvielfalt am meisten Impact hat, wenn sie es tun. Und ich outre mich jetzt, ich bin Fleischesser. Aber Fleischessen ist das, wenn sie es nicht mehr tun oder weniger tun, wo sie den größten Beitrag leisten können wahrscheinlich, um die tierische Artenvielfalt zu erhalten. Warum? Wir essen ja nicht Wildtiere. Das ist eine berechtigte Frage. Aber 18 Prozent, also die Nutztierhaltung, die weltweite, trägt 18 Prozent zum Klimawandel bei. Der Klimawandel im Best Case, wenn die Pariser Ziele erreicht werden, werden sie nicht, führt das schon zum Verschwinden von 25 Prozent der Artenvielfalt. Das ist das eine. Das andere ist Verlust an Lebensraum. Um diese Tiere zu mästen, die wir essen, muss massiv, also hier ist ein Bild von Soja, massiv viel Fläche, vor allem in Südamerika, wirklich tolle Lebensräume, Sümpfe, Primärregenwald muss weichen für Sojaanbau, für unsere Nutztiere. Das nächste, warum es auch eine gute Idee ist, seinen Fleischkonsum zu reduzieren, ist natürlich Tierschutz. Aber noch etwas, wenn man jetzt Massentierhaltung, ich meine, natürlich ist nicht jede Tierhaltung Massentierhaltung, Gott sei Dank, also die, da werden ja die Bedingungen schon, oder zumindest bei uns macht man sich darüber Gedanken, aber dort, wo Massentierhaltung stattfindet, kann es auch leichter zur Entstehung von Zoonosen kommen, die wiederum für uns ein gesundheitliches Risiko darstellen. Relativ rezentes Beispiel 2009, Sie erinnern sich vielleicht an die Schweinegrippe-Pandemie, da vermutet man mittlerweile, dass sich in einem mexikanischen Schweinestall zwei Grippestämme im Schwein gekreuzt haben und eben dieses sehr, sehr infektiöse Grippevirus geschaffen haben. Kann leider auch wieder passieren. Ja, zum Abschluss eine traurige und eine schöne Geschichte. Das ist die traurige Geschichte. Wer weiß, was das für ein Tier ist? Das ist eine Zeichnung von der Frau Merian. Von was? Von der Frau Merian. Ich weiß glaube ich nicht, wer die Frau Merian ist, aber es ist eine Zeichnung, das stimmt, und es ist eine Zeichnung, die über 100 Jahre alt ist, also länger noch, und das ist der Carolina Sittich. Das ist ein kleiner Sittich, der einzige nordamerikanische Sittich, der dort heimisch war, der in großen Schwärmen in Carolina und Florida vorgekommen ist und dann mit der zunehmenden Besiedlung und Landwirtschaft, also zuerst hat man die Lebensräume, in denen er gelebt hat, reduziert, dann ist er vermehrt auf die landwirtschaftlichen Flächen, teilweise in riesigen bunten Schwärmen, das haben Zeitzeugen so beschrieben, und dann hat man den bejagt und an den Rand der Ausrottung getrieben. Es gab dann noch zwei Carolina Sittiche in einem Zoo, da ist dann nach 30 Jahren die Partnerin gestorben und das letzte Männchen, Indigo hießer, sind dann quasi extrem soziale Vögel gewesen, an gebrochenem Herzen zugrunde gegangen. Das ist aber gar nicht die Geschichte, die ich erzählen möchte. Die Geschichte, die ich erzählen möchte, soll zeigen, dass es oftmals wirklich einzelne Menschen in der Hand haben. Tatsächlich hätte dieser Vogel überleben können, nicht in Nordamerika, sondern in Deutschland. In Deutschland gab es im 19. Jahrhundert einen großen Vogelfreund, den nannte man auch den Vogelberon, der hat auf seinen Ländereien Carolina Sittiche gehalten und hatte eine stabile Kolonie von Carolina Sittichen in Deutschland. Mehrere Dutzend Tiere. Und hat die gehegt und gepflegt und sich an denen erfreut. Und dann waren die eines Tages weg. Also zuerst war ein Großteil weg, dann hat er noch ein paar gesehen und dann einen Tag später waren sie alle weg. Und es ist ihm lange ein Rätsel geblieben und dann einige Jahre später ist er in eine Schenke gegangen, ein paar Kilometer entfernt, und hat dort einen schwarzverkohlten Balk von einem Carolina Sittich entdeckt. Und der Sohn der Schenke, der junge Wirt, hat ihm dann erzählt, dass vor einigen Jahren, als sein Vater noch am Leben war, plötzlich an der Linde vor der Schenke diese komischen Vögel aufgetaucht sind. Aus irgendeinem Grund hat er gefunden, hey, die sind komisch, ich schieße sie mal ab. Jetzt würde man eigentlich annehmen, dass wenn man auf Vögel schießt, dass man einen erwischt und die anderen fliegen weg. Aber ich habe Ihnen ja vorher erzählt, dass die Carolina Sittiche besonders sozial waren. Das heißt, der hat welche abgeschossen und die anderen sind zu diesen Artgenossen hingeflogen und haben geschaut, was mit denen ist, warum die sich nicht mehr bewegen oder warum die verletzt herumflattern und so konnte er der Reihe nach alle abknallen, bis keiner mehr übrig war. Komplett für nichts. Das ist das schlechte Beispiel. Das schöne Beispiel ist das. Das ist ein Steinkauz, der heißt auf Latein Athene Noctua, weil dieser kleine Kauz der Begleiter von der Weisheitsgöttin Athene in der Mythologie ist. Und da hat es im Burgenland nur noch vier Paare gegeben. Warum? Der braucht wirklich diese abwechslungsreiche Kulturlandschaft mit alten Gehöften, Streuobst, Wiesen, das, was es einfach nur noch so selten gibt. Und haben und haben einfach Nistkästen aufgehängt und drei, vier Jahre später gibt es nicht mehr vier, sondern 60 Brutpaare im Burgenland. Wirklich durch diese Initiative. Die haben nichts Besonderes gemacht, die haben nur geschaut, was in ihrer Umgebung ist, sich damit auseinander gesetzt und haben wirklich dazu geführt, dass es von dieser herzigen Eule wieder eine stabile Population gibt. Wir haben es also in der Hand und damit möchte ich schließen vielleicht mit einer kleinen Anregung. Ich verschicke einen Newsletter, wo ich einmal im Monat einfach Dinge erzähle, die mich medizinisch oder auf Basis der Natur faszinieren. Wenn Sie mögen, gerne anmelden, kostet natürlich nichts und vor allem bedanke ich mich, dass Sie so lange dabei geblieben sind und freue mich jetzt total auf Fragen auch die kritischen und bitte um Nachsehen, falls ich mal die Antwort nicht weiß. Danke.